Der ökonomische Fortschritt dieses Landes kann nur durch eine willensstarke, präzise arbeitende Regierung gewährleistet werden. Unsere jetzige politische Führung ist eine zielorientierte, hochgebildete und erfahrene Gruppe Menschen, die ohne jegliche Ideologie deren Aufgaben abarbeiten. Die innere Sicherheit in unserem Land muss gewährleistet sein, der Gewalt, die ausschließlich von rechts kommt, muss ein Riegel vorgesetzt werden. Die jetzige Innenministerin ist eine großartige Frau, die sich um unser Land kümmert, ihre schier unmenschliche Leistungsfähigkeit muss uns allen einen Dank entlocken. Der damalige Arbeitsminister nicht einmal so schön formuliert, die Renten sind sicher. Man kann seine Aussage neu formulieren und sagen, unsere Grenze ist sicher, das friedliche Zusammenleben im Inland hat seinen Höhepunkt erreicht. Hatte dieses Land jemals ein besseres, intensiveres und natürlich bunteres Bildungssystem? Wurden jemals in diesem Land die Kinder mehr gefördert und von schulischen Pflichten befreit, wie es heute der Fall ist? Ist es nicht großartig, dass junge Menschen vom Unterricht befreit werden, damit diese ihre demokratischen Rechte in Form von Demonstrationen erfüllen können? Nun, sagen wir es einmal so, in den dunklen Zeiten dieses Landes wurden die Schüler auch animiert, einer politischen Ideologie zu folgen und auf die Straße zu gehen. Man kann beide Situationen nicht miteinander vergleichen, immerhin haben die Kinder in der damaligen Zeit eine braune, einheitliche Kleidung getragen. Unsere Bundeswehr hat einen militärischen Status erreicht, der jedem potenziellen Gegner Angst bereitet. Selbst die großartige Armee des Dritten Reiches wird von unserer Armee bei der Motivation der Soldaten, natürlich auch bei den Soldatinnen und den Teddybären, übertroffen. Eine militärische Gruppierung, die Kindertagesstätten betreibt, die vegetarisches Essen anbietet und von Gleichstellung spricht, verbreitet enorme Furcht. Das Geschlecht zählt, fachliche Fähigkeiten sind unbedeutend. Die These, dass man um etwas zu erreichen, eine Ausbildung und Berufserfahrung haben muss, ist überholt. Es ist von Bedeutung, ob ein Mensch einen Penis oder eine Vagina besitzt, um voranzukommen. Eine Freude ist daher die Tatsache, dass die Quotenregelung in unserer Gesellschaft angekommen ist. Alles andere ist und war altmodisch und hat dazu geführt, dass es diesem Land vorher viel gegangen ist. Strom kommt aus der Steckdose, auch dies ist ein Faktum, das unsere großartige Regierung in Betracht zieht. Wer um alles in der Welt braucht dann Atomkraftwerke? Das und Öl, wirklich. Beide Energieträger sind unnötig, sie verschmutzen unsere Umwelt, zerstören die Natur und warum? Der Strom kommt doch schon aus der oben bezeichneten Einrichtung, schon allein aus diesem Grund lässt sich feststellen, dass wir keine weiteren Energieträger mehr brauchen. Unsere Grenzen sind sicher, dies wurde bereits festgestellt, daher wird der in Frankreich in Atomkraftwerken eingekaufte Strom bei uns immer sauber sein. Tradition, Werte und kulturelle Errungenschaften von mehreren Hunderten von Jahren sind unbedeutend. Wer interessiert sich noch für Schiller, Lessing oder Wagner, wenn die brüllende Masse sich nach einem einfachen Intellekt sehnt? Das Ziel unserer großartigen Politik ist es, sich um diese Gruppe Menschen zu kümmern, diese zu vergrößern und zu fördern. Es ist einfacher, diese zu steuern, zu manipulieren und natürlich niemals zu missbrauchen, selbstverständlich erfolgt dieses Agieren unter dem Deckmantel der Demokratie.